Mein Name ist Teezy und wir sind hier bei der Wünsch-Dir-Was-Tour-Motherfuckers! Erster Tag! Wir sind heiß, guck mal da draußen ist der Bus. Was geht ab? Willkommen, erster Tourstopp Kiel-Pumpe. Herzlich willkommen! Hier kannst du ein bisschen Tee drin und ein paar Tumbler für Whisky. Das, meine Freunde, ist die Schlafkammer. Das ist mein Bett. Ich bin der Einzige, der eine komplette Panoramascheibe hat. Das heißt, wenn ich im Bett liege und wir fahren morgens in die Stadt rein und ich bin schon wach, klack runter, gucken was los ist. Viel mehr passiert eigentlich nicht im Bus. Hier wird Skippo gezockt, regelmäßig bis, wir haben heute Nacht bis um halb vier, bis zum halb vier Skippo gezockt. Dann haben wir immer eine Flasche Gin, Monkey, steht bei uns auf dem Rider. Immer eine Flasche Wodka, eine Flasche Southern Comfort und eine Flasche Gin. Ist immer oben bei jedem Gig und natürlich nehmen wir alles mit. Schönen Gruß an alle Venues, die noch kommen, wir nehmen immer alles mit. Wir sind hier in der Pumpe und jetzt fängt die Rutsche wieder an. In unserer ursprünglichen Lieblingsbesetzung mit den Lotis. Es ist immer so geil familiär aus. Es gibt wenige Bands, wo du so keine Leute drin hast, die so rummäkeln. Weißt du? Mein Hotel ist nicht hier und da. Mein Hotel ist nicht hier und da. Mein Hotel ist nicht hier und da. Scheiße. Mit wie lange standet ihr jetzt an? Seit 14 Uhr, also jetzt fünf Stunden. Und freust du dich? Absolut. Oh, Chose Lise. Ja, da, da. Die Hörstrufe von Niklas. Oh, Chose Lise. Ja, da, da. Die Sonne scheint, der Ring fällt. Ganz egal, ich will mein Geld. Wenn wir uns wiedersehen und Chose Lise. Ja, wie Niklas. Es ist immer eine Ehre mit dir unterwegs zu sein. Vielen Dank. Geil wieder mit euch unterwegs zu sein. Schön aneinander gewöhnt wieder. Ich hab richtig Bock. Die Arrangements sind nice. Aber lasst uns einfach genießen, fühlen. Lasst euch Zeit. Dann macht's nicht zu schnell. Weißt du? Lieber konzentrieren und richtig machen. So schön fühlen, den Leuten was geben. Und dann rocken wir heute ab. Mac ist dabei. Kühe! Musik Boah, war das krass. Dicker, das war... Also das Ende. War das erste Sahne. Noch nie so ein Gefühl gehabt bei dem Ende. Ja! Dicker, Kiel ist vorbei. Erstes Ding war nice. Also ich mein, ey. Wir haben das vorher noch nie durchgespielt so richtig. Das war das erste Mal. Das war heftig. Kiel, ihr seid unfassbar krass. Das ist Wahnsinn, dass einem auch ein Publikum Sicherheit gibt. Weißt du? So wenn man... Es gibt manche Publikar. Da ist man so... Am Anfang. Und Kiel war von Anfang an so... Boah, hier kann... Ich war überhaupt nicht mehr aufgeregt. Als ich den ersten Ton auf der Bühne gesungen hab. Überhaupt nicht mehr aufgeregt. War mega geil. Ich muss hier arbeiten. Das nervt mich jetzt schon seit zwei Tagen. Die ganze Zeit rennt ihr irgendwie mit der Kampagne. Und Elisabeth bleibt hier. In Ordnung im Koffer ist auf Tour das, was man sich vornimmt. Was lebensüber wichtig ist. Und was nie klappt. Bei mir zumindest nicht. So auf Tour sein ist... Geil eigentlich. Weil du wachst jeden Tag in einer neuen Stadt auf. Dann gehst du erst mal raus, guckst. Geil. Wir sind hier in Hamburg. Im wunderschönen Dock. Guck mal nach oben. Hier steppt der Waschbär. Heute Abend. Miura geht ab. So hier geht's otrats place. Komm Kleine. Steck doch. Hier kommt wieder zurück. Dann ist es Wahnsinn gut. Naja! Eine Stunde haben wir noch. Hast du die Heels? Habt ihr die Heels? Ne, die müssen wir noch holen. Ja. Wir müssen da hinten gleich rechts verordnen, bitte. Oh, und Make-up. Wir müssen noch Make-up holen, Jungs. Ja, heute wird krass, Alter. 1100 Leute. Franz und Bruni! Heute sind wir in Frankfurt und spielen im Bratsch Cup. Heiß, 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 heiß! Frankfurt! Jungs, es geht los. Viel Spaß. Viel Spaß, Menos. Ich gehauen. Woher geht's? Der ist der beste Beste. Der ist der beste. Der beste Beste. Ich hab' dich nicht so sehr. Was ist dein Liebling? TISI. Danke. Aber du bist der Zweitbeste. Ja! Nummer zwei! 2! Stark!